Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, in der Bundesrepublik starten und zwar in der nächsten Gruppe der nächsten Vorstellung und zwar geht es diesmal wieder um eine Smartwatch und zwar dieses Mal um eine rosafarbene Smartwatch. Also dieses Mal wahrscheinlich für die weibliche Fraktion und wir schauen uns das Ganze natürlich direkt in der ersten Ausgabe hier mal an, wie das Ganze so funktioniert. Die ist auch sagen ich mal so teuer, jetzt nach zwei Jahren hat die eine Smartwatch jetzt tatsächlich das Zeitliche gesegnet und ich musste mal wieder für Ersatz sorgen. Jetzt habe ich mich einfach mal umorientiert und zwar ist es diesmal keine viereckige, sondern eine Runde geworden. Auch so golden und etwas rosa angehaucht. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie der ganze Spaß so daherkommt. Da ist sie dann auch schon. So, auf den ersten Blick sieht die schon mal richtig schick aus. Kostet auch nicht die Welt, sondern so 42,99 waren das glaube ich. Muss ich gleich nochmal direkt drauf gucken. Aber es ist auf jeden Fall nicht extrem teuer. Und dafür, dass die dann wieder zwei Jahre hält, denke ich mal, ist das eigentlich ein ganz gutes Angebot. So, dann müssen wir das hier unten mal rausziehen. Gucken wir mal an die untere Seite drauf. Hier schon mal ganz wichtig, wir müssen erst mal das hier abziehen. Das heißt, die Schutzfolie muss ja schon mal weg. Das heißt, auch hier haben wir wieder die Funktion drin, dass der Blutdruck und der Puls gemessen werden kann. Die Sauerstoffsättigung natürlich auch. Hier unten über Magnet wird das Ganze natürlich aufgeladen. Und wir können die sogar, wenn wir wollen, aufschrauben. Das sehe ich jetzt hier glaube ich so zum ersten Mal. Dann können wir zusätzlich natürlich auch noch hier das Armband wechseln. Da muss ich mal gucken, ob ich die Armbänder tauschen kann, die ich dann sowieso schon habe. Schutzfolie erstmal ab. Und wir sehen hier so ein leichtes Roségold hier an der Seite. Das ist dann auch wirklich gut verarbeitet. Hier oben sieht man es auch nochmal. Leichtes Roségold. Echt eine schicke Uhr. Und an der unteren Seite, wie gesagt, auch super gut verarbeitet. Und wie gesagt, mal was anderes, wenn wir mal so schauen. Wir wollen mal ganz kurz sehen, ob die jetzt schon direkt angeht oder nicht. Tatsächlich muss ich also eine Weile gedrückt halten, damit ich direkt im Menü schon drinnen. Und dann kann ich hier schon mal durchschauen. WhatsApp-Nachrichten sind natürlich gar kein Problem. Anruf-Benachrichtigungen, SMS-Benachrichtigungen. Aber für WhatsApp, das war auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Wir schauen mal ganz kurz rein. Bluetooth-Name ist LW11143. Da wird uns der ganze Spaß also eingeblendet. Und hier sieht man, dass es ungefähr dasselbe Menü wie bei meiner ist. Denn hier nehmen die sich nicht sonderlich viel. Aha, guck mal. Da ist nämlich, ich glaube, das Menü einfach nur dasselbe. Sleep, genau. Sleep. Das ist ja schon mal ziemlich praktisch. Das heißt, genau. Das Menü endet auch bei beiden gleichzeitig. Und wenn ich bei mir zum Beispiel hier nach unten swipe, bin ich dann auch in den Benachrichtigungen drin. Das ist schon mal ziemlich genial. Und wenn ich nach oben mache, bin ich im Menü. Ansonsten, wenn ich ins Menü rein möchte, gehe ich einfach da nach links rüber. Und das sieht bei mir fast genauso aus. Wenn wir hier mal so schauen. Ein kleiner Unterschied ist noch da. Aber wir müssen mal gucken, dass wir die ja auch noch heller bekommen. Denn das soll ja kein Problem sein. Machen wir mal maximale Helligkeit. Und dann sind die beiden Uhren schon fast auf einer Wellenlänge. Mal sehen. Wenn wir hier gedrückt halten in der Mitte, kommen wir auch direkt rein. Und können uns die Watch Faces aussuchen. Das war auch schon mal ziemlich wichtig. Und es sieht schon einfach nur genial aus, muss ich sagen. Natürlich ist die jetzt noch nicht direkt drauf eingestellt. Dafür brauchen wir nochmal eine andere App. Aber man sieht schon, man kann hier schon einiges mit reißen. Finde ich persönlich schon mal ziemlich genial. Wir gucken mal ganz kurz drauf, währenddessen, wie die Uhr so daherkommen soll. Da ist sie dann auch. Das ist genau die hier, die ich euch zeige. Wir können die Ziffernblätter anpassen in der App. Das ist schon mal ganz wichtig gewesen. Schlafmonitor wird aufgezeichnet. 24,7 Hertz-Frequenz wird aufgezeichnet. Und wir können alles Wichtige jetzt wieder über den Daumen anpeilen. Das Schöne ist, die gibt es in rosa, blau oder auch schwarz. Und die kostet wie gesagt nur 42,99 Euro. Und das ist auf jeden Fall kein großes Geld für eine Smartwatch, wenn die wieder eine Weile hält. Schauen wir mal ganz kurz rein, was noch so im Lieferumfang drin ist. Einmal da reingeschaut. Schau mal. Das ist cool, dass die Ersatz mitgeliefert haben für das Armband. Dass wir hier unten das dann austauschen können, falls das mal kaputt geht. Einmal das Ladekabel ist noch mit dabei. Und da müssen wir natürlich bloß noch schauen, wie die LW11 jetzt hier ganz schnell verbunden wird. Hier steht es auch nochmal drin. 280 mAh ist der Akku groß. Das Display hat 1,28 Zoll, 240x240 Pixel. Und einen 3G-Sensor, damit wir natürlich auch dementsprechend so machen können und die Uhrzeit einfach ablesen können. Jetzt heißt es aber direkt, das Ding erstmal installieren, mit der App verbinden und ein paar Tage tragen. So Freunde, jetzt nachdem die Uhr schon einige Tage getragen wurde, können wir ja mal so ein kurzes Fazit dazu geben. Also die AGB-Tec-Uhr ist wirklich eine schicke Uhr. Das muss man ja einfach nochmal sagen. Wenn ich jetzt hier nochmal ganz kurz so drauf schaue, die ist schon verarbeitungsmäßig richtig schön. Die hat jetzt hier einen Alu-Rahmen ringsherum. Das ist schon mal richtig genial. Rosa Farben oder so ein Rosé-Gold, wie ich jetzt mal so sagen möchte. Die hat schon richtig gut ordentlich Eigenschaften, womit sie punkten kann. Das Armband ist auf jeden Fall auch sehr verträglich. Ich habe sie natürlich nicht die letzten Tage getragen. Ich habe hier nur meine eigene Uhr. Dementsprechend reicht es ja auch, wenn ich jetzt keinen Rosa mehr trage. Das habe ich vor zwei Jahren noch gemacht, wo ich die Uhr hier durchgetestet habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hat jetzt wirklich zwei Jahre gehalten und ist ja jetzt irgendwie nicht mehr die beste. Dementsprechend ist sie jetzt vom Akku her auch platt. Jetzt kam die AGB-Tec dazu und sie ist einfach genau das, was wir gesucht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend ist sie eine wunderbare Smartwatch. Sie lässt sich hervorragend bedienen. Wir swipen einmal mal ganz kurz durch, dass ihr mal so seht, was wir hier so alles für Menüs haben. Das Ganze ist wirklich ordentlich. Wir haben also die Daten erst mal. Das kennen wir ja soweit schon. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, Moment, hier auf Sportarten wieder drauf zu gehen. Das ist natürlich nichts anderes. Die Uhr hat kein GPS verbaut, sondern sie greift per, halt, ich will jetzt keinen Sport machen, genau. Sie ist auf jeden Fall damit fähig, per Bluetooth hier aufs Smartphone drauf zuzugreifen und dann gleichzeitig hier die Streckenführung per GPS zu koordinieren lassen. Das ist also sehr schön. Wandern können wir natürlich auch noch alles einstellen. Das ist nochmal separat. Das heißt, wenn ihr einfach nur ein bisschen unterwegs seid, dann klappt das so ganz gut. Ja, Trainingsprotokoll habe ich jetzt keine Aufzeichnung, dadurch, dass ich jetzt jetzt, oder dadurch, dass die Uhr die letzten Tage jetzt so ganz normal getragen wurde. Ich kenne das aber schon, da ja das GPS vom Smartphone, wie gesagt, immer dasselbe ist. Es ist einfach nur das Protokoll, was abgerufen wird und dann in einer Karte von Google Maps eingezeichnet wird. Das Schöne daran ist hier, dass wir hier natürlich die Herzfrequenzfunktion haben. Die letzte Messung waren 85 Schläge die Minute mit einem grünen Laser. Dann bricht er das Ganze natürlich automatisch ab, wenn er merkt, er ist nicht auf der Haut drauf. Dazu können wir mal ganz kurz schauen. Wir waren beim letzten Mal hier bei 63 Schlägen und Durchschnitt 63, höchste 66 oder 62 so am tiefsten. Das Ganze wurde dann, oder können wir jetzt auch zurückverfolgen. Ich habe einfach die 24 Stunden Verfolgung angelassen. Das Ganze wurde seit dem 5.4. getragen. Heute ist der 10.4. Das heißt, wir können hier drauf gehen und dann können wir mal so schauen. Und da sieht man alles wunderbar. Herzrate um 22 Uhr, 22.30 Uhr, 22.40 Uhr, 50 Uhr. Alle 10 Minuten wird sozusagen eine neue Frequenz geschaltet. Gucken wir mal nach. Genau, alle 10 Minuten misst er das also und kontrolliert. Und das ist schon wirklich genial. Da kann man also soweit nicht sagen, dass es schlecht ist. Normal- und Ruhepuls wird einem eine Empfehlung. Ausgesprochen zwischen 60 und 100 Schlägen in dem Altersbereich, den ich dann eingestellt habe. Das könnt ihr natürlich bei euch individuell machen. Die beste Herzfrequenz während der Übung 60 bis 80 Prozent. Und dann hat man natürlich noch das Alter hier eingestellt. Also schon mal ziemlich praktisch. Wenn wir das Ganze jetzt auf gestern nochmal zurückbringen, da ist natürlich ein bisschen was los. Wenn wir das Ganze hier so schauen. 0.20 Uhr, ein 60er Puls. Dann um 7 Uhr morgens, wenn man gerade in Aktion ist, ein 71er, 81er. Also völlig im Rahmen drin wird das Ganze schön dokumentiert. Und von der Akkulaufzeit ganz in Ordnung. Hat man 24 Stunden den Puls, die Überwachung an, kostet das natürlich Strom. Das sollte man immer noch berücksichtigen. Dann spätestens alle 5, 6 Tage muss die Uhr aufgeladen werden. Kommt auf die Helligkeit drauf an. Und wie gesagt, wie viele WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Nachrichten ihr am Tag checkt. Zu den WhatsApp-Nachrichten. Ich kann jetzt nicht direkt alle zeigen, aber es werden natürlich keine Smileys angezeigt. Das Coole ist daran, es werden bis zu 15 WhatsApp-Nachrichten oder allgemein 15 Benachrichtigungen auf der Uhr gespeichert. Das ist sehr, sehr cool. Ich kann mal ganz kurz hier drauf schauen, damit ihr mal so ein Beispiel habt, wie das aussieht. Also wenn ich von Ebay zum Beispiel jetzt hier eine E-Mail geöffnet habe, da steht dann bloß, heute ist dein Glückstag. Das steht dann einmal drin, aber da steht halt nichts weiter. Es ist halt nur direkt jetzt erstmal die Möglichkeit zu wissen, wer einem da geschrieben hat. WhatsApp-Nachrichten werden direkt angezeigt. Da muss ich euch noch ganz kurz zeigen, wie der ganze Spaß so daherkommt. Also Fotos werden natürlich auch nicht angezeigt. Das sieht dann einfach so aus. Da steht dann, dass ihr ein Foto bekommen habt. Das ist soweit ganz klar. Und ansonsten hat man dann hier auch noch die Möglichkeit, unterschiedliche andere Sachen so zu sehen. Wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Kurz mal weg von, keine Ahnung, wer das ist. Kurzmalweg.de. Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Werbungs-Mail wieder bekommen. Das kann man soweit also an der Stelle sehen. Also schon eine ziemlich praktische Angelegenheit. Das Ganze sieht dann in WhatsApp-Text einfach so aus. Kann natürlich über den Display, je nachdem wie viel Text drin ist, auch voll sein. Also auch eine ziemlich coole Sache. Ja, ansonsten, das war vom Puls her schon mal das eine. Dann gehen wir mal auf die Schlafdauer. Die Schlaffunktion wird automatisch hier getrackt. Das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt, ihr müsst nichts aktivieren. Das Ganze macht sich von selbst. Wenn wir mal hier gucken, der Touch-Display, der reagiert so nicht. Das heißt, wir müssen ihn immer erst einmal antatschen. Einmal andrücken wahrscheinlich, genau. Dann Schlafüberwachung nochmal dazu. 6 Stunden und 50 Minuten soll das bedeuten. Ich dachte mal, 6 Stunden heißt 50 Punkte. Nein, 6 Stunden und 50 Minuten. Das ist anscheinend ein Übersetzungsfehler. Wenn ihr hier drauf drückt, habt ihr dann die Wachphasen zwischendurch. Das sind die weißen. Das sieht man ein bisschen schlecht hier aufgrund der App-Einfärbung. Mit den dicken Fingern komme ich da kaum ran. Da von 23,38 bis 23,42. So, jetzt an der Stelle. Bitte mal jetzt nicht stören hier mit diesen ganzen WhatsApp-Nachrichten. Aber jetzt haben wir natürlich auch die Nachricht hier drüben eingeblendet. Aber egal. Gut, so ist das normal. Also hier haben wir ganz normal den leichten Schlaf, leichten Schlaf, Wachphasen zwischendurch. Dann haben wir hier die Tiefschlafphase von 1,19 bis 1,41. Das ist der Tiefschlaf. Dann wieder Wachphase, wieder leichter Schlaf. Kommt also immer ganz drauf an. Kann ich mir natürlich auch so anzeigen lassen, indem ich jetzt hier 6 Stunden und 35 heraushole. Und dann unten ist nochmal 40 Minuten, 48 Minuten Tiefschlaf, 1 Stunde 41 und so weiter und so fort. Das heißt, das funktioniert also auch. Auch Schlaf, wie gesagt, wird automatisch getrackt. Wird, glaube ich, wird es auch jetzt bewertet? Ne, bewertet wurde das jetzt hier nicht. Tatsächlich nicht. Ich dachte schon, mit Punkten hier. Das ist halt, wie gesagt, ein Übersetzungsfehler. Herzrate hatte ich ja gesagt. Blutdruck messen ist eine ganz normale Aktion. Kann man natürlich machen, manuell. Oder kann man natürlich auch so einschalten. Ansonsten drückt man einfach drauf. Wenn wir das jetzt mal so machen, dann kommt auch hier der grüne Laser wieder raus. Und der grüne Laser, eigentlich müsste es, glaube ich, auch mit einem roter Laser zusätzlich noch sein, der misst das Ganze natürlich dann durch, wie der Blutdruck ist. Funktioniert sehr zuverlässig. Und man sieht auch so von den Werten her, ist das also völlig in Ordnung. Also auch das ist, wie gesagt, nicht zu vernachlässigen. Ansonsten, ich habe es schon öfters mal probiert. Die Sauerstoffrate, die kann man natürlich auf der einen Seite so testen, wer das zur Sicherheit mit dem Pulsoxid nochmal generieren möchte. Schauen wir uns mal den Spaß an. Das heißt, ich drücke hier einfach nur drauf. Und dann wird der Fernstart sozusagen jetzt hier gemessen. Und dann wird uns jetzt hier der U2-Wirt natürlich einmal direkt auf dem Display angezeigt. Witzigerweise, also vom Handy, witzigerweise jetzt nicht direkt jetzt hier. Das heißt, normalerweise müssten wir jetzt hier eigentlich drauf gehen. Und wenn ich jetzt hier suche, haben wir hier SPO2. Dann können wir jetzt hier schauen und tatsächlich, mal sehen, ob es sich synchronisiert. Jetzt zeigt er hier zweimal was anderes an. 96, 98. Ich glaube jetzt, so ein bisschen ist so. Ja, jetzt hat das, glaube ich, genau. Ja, jetzt hat das gepackt. Also 96, 97 Prozent. Wir machen mal den Spaß hier direkt mit dieser Version hier. Das heißt, dass man hier auch mal nachvollziehen kann, wie groß ist der Unterschied zu einem Pulsoxid in der Stelle. Also passt ungefähr 98 Prozent, 98 Prozent, 98 Prozent, 78er Puls. Das könnte man jetzt nochmal nachmessen. Also das ist auf jeden Fall gut. Sollte man natürlich einen stark behaarten Arm haben, ist der Wert immer relativ. Und kann nicht zu 100 Prozent generiert werden. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt hier bei Blutdruckmessen noch genau das Mögliche. Jetzt hat das fertig gemessen. Dann vibriert die Uhr und sagt mir 97 Prozent. Das heißt, auch hier 97 Prozent wurden übertragen um 20.47 Uhr. Das ist also gerade passiert. Das passt schon mal sehr gut. Gesundheitsmesserung heißt, dass er einfach alles nochmal direkt jetzt hier durchspielt. Dann war es das soweit. Synchronisiert die Uhr auf jeden Fall selbst damit. Und dann ist der Akkustand hier einsehbar. SMS-Alarm habe ich jetzt alles aktiviert, was man aktivieren kann. Also so die wichtigsten Sachen, was drin sein soll. Man kann ansonsten noch einen Wecker stellen. Der klingelt jetzt hier auf der Uhr um 5.50 Uhr. Was halt blöd ist. Man kann das Ganze natürlich wieder mal nur über die Uhr einstellen. Wenn ich jetzt hier so gucke. Gesundheit der Frau. Da kann man seine Periode einstellen. Wann die aktualisiert werden möchte. Bitte setze eine weibliche Gesundheit. Also Gesundheitsdaten. Dann Musiksteuerung gucken wir uns gleich auch nochmal an. Wetter. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz nebenbei. Kann ich soweit leider nichts weiter durchscrollen. Das ist nur für den heutigen Tag. Den 10.04. in dem Moment. Aber cool. Besser als gar nichts. Wird auch das GPS vom Telefon angezapft. Die Stoppuhr. Wie gesagt, auch hier wieder. Schade ist, dass wir die nicht im Hintergrund laufen lassen können. Das funktioniert so nicht. Wenn wir jetzt wieder drauf gehen, ist die Stoppuhr wieder auf 0. Das heißt, die läuft die ganze Zeit. Und der Display ist die ganze Zeit an. Dasselbe haben wir hier mit dem Timer. Wenn ich jetzt hier drauf drücke und will ins Menü, sage ich mal. Es läuft sozusagen. Der Akku wird mehr gezogen. Ist nicht weiter schlimm. Wollte ich bloß mal erwähnt haben. Timer haben wir also auch drin. Nachrichten. Habe ich genau das gerade gezeigt. Wenn ich einfach so hoch scrolle, dann komme ich in den Nachrichtenfeed gerade aktuell rein. Telefon suchen. Das ist auch sehr interessant. Bevor wir beim Wecker gleich weitermachen, kann ich hier einmal drauf drücken. Und in der Hoffnung, dass es gleich klappt. Dann klingelt mein Telefon. Und kann ich natürlich dann auch wieder abbrechen. Denn dann, genau, jetzt weiß ich ja, wo ich mein Telefon im Umkreis von 10 Metern, wo Bluetooth funktioniert, suchen kann. Also ganz klar. Wie man hier sieht, Ziffernblätter kann ich selbstverständlich auch noch auswählen. Es sind vorinstallierte Ziffernblätter einerseits so drauf. Das ist aber noch nicht so das Perfekte. Dafür gibt es noch direkt einen Store. Den zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Die Vibrationsintensität haben wir auf Aus, Weich oder... Hört man nicht so doll. Bei meiner ist es noch krasser Stärke. Habe ich jetzt auf Weich erstmal gelassen. Reicht doch vollkommen aus. Ansonsten haben wir jetzt die Sprachen, den QR-Code und das System. Das ist eigentlich jetzt nicht der Redewert. Hier steht noch Info über die ganzen MAC-Adressen. Und Ausschalten und Zurücksetzen kann man darüber. Dann sind wir soweit eigentlich schon durch. Wenn man so scrollt direkt von oben nach unten, haben wir hier den Bitte-nicht-stören-Modus. Dann kommen wir direkt einmal so nochmal ins Menü rein. Wir können hier die Vibrationsintensität... Ah ne, Quatsch, das ist das Telefon. Ich dachte, das ist das andere. Hör mal auf zu klingeln jetzt hier. Können wir das direkt einstellen. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, hier noch die Uhr einzustellen, der Helligkeit halber. Ich lasse es aber so auf der Helligkeit 3. Das reicht auch tagsüber locker für aus. Und wir haben, wie gesagt, einen guten Akkuverbrauch. Ansonsten können wir hier so durchscrollen. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Messung läuft noch. Hier haben wir auch nochmal direkt alles so drin. Wie lange der Tiefschlaf ist, ist blau. Und der normale Schlaf ist der rosafarbene. Das war es dann aber auch schon direkt. Und wie gesagt, ansonsten kann ich jetzt von unten nach oben scrollen. Und dann, wenn ich da drauf drücke, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, noch ein paar WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Bis zu 15 Stück sind halt maximal möglich. Wecker habt ihr gerade gesehen. Kann ich leider nur über das Handy einstellen. Ich kann unendlich viele Wecker dazustellen. Das ist cool. Aber ich kann sie halt nicht deaktivieren per Smartwatch. Also es muss über das Telefon immer erfolgen. Auch nicht schlecht. Wasserober ist nicht die Wasserober, wo abgelesen wird, sondern hier, wann ihr trinken müsst. Als Erinnerung habe ich immer deaktiviert. Bibliothek sind die ganzen Dinger, die jetzt hier an der Stelle noch eingestellt werden können. Das sind doch schon einige, wie man jetzt hier so sieht. Das Übertragen ist sehr einfach. Ihr tippt einfach drauf. Dann dauert es 20 bis 30 Sekunden. Dann lädt ihr das runter und lädt es direkt auf die Uhr drauf. Kann man soweit also auch nicht meckern. Also ich schätze mal, dass das hier locker, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Es sind über 50, also sagen wir mal über 50 Stück sind so locker. Und da sind einige schon dabei. Und es werden auch irgendwann und kontinuierlich natürlich noch mehr. Ihr könnt auch ein eigenes Ziffernblatt hochladen. Das heißt ein eigenes Bild, was ihr dann direkt jetzt hier, gucken wir mal ganz kurz rein, ja konfigurieren könnt. Das heißt hier zum Beispiel haben wir jetzt eins drin oder ihr ladet nochmal separat eins hoch. Und dann funktioniert der Spaß auch mit eigenen Hintergrundbildern. Wetterberichte habe ich hier aktiviert. GPS ist beim Handy immer aktiviert. Der überträgt das dann direkt auf die Uhr. Dann kann ich das Ganze sozusagen direkt ablösen. Und was ganz wichtig ist, wenn man natürlich auf die Uhr guckt, muss sie automatisch angehen. Das ist dann hier Hand hochheben, um die Infos zu sehen. Bitte öffnen. Habe ich bei mir aktiviert zwischen 7 und 21 Uhr. Danach muss sie nicht mehr leuchten. Dann drückt man halt einmal manuell drauf. Sonst leuchtet die die ganze Nacht. Das zieht den Akku leer und nervt dann auch zusätzlich noch nachts. Verbesserte Messung habe ich gerade aktiviert. Das heißt, das ist die 24 Stunden Messung. Hier habe ich es drinne von 0 bis 23.59 Uhr. Also 24 Stunden, wenn man das Ganze möchte. Abzüglich vielleicht den 60 Sekunden, wo vielleicht mal nicht gemessen wird. Aber alle 10 Minuten wird es neu protokolliert. Kann man auch so einstellen, dass man das nur nachts überwacht und tagsüber nur sporadisch. Finde ich eine ziemlich geniale Sache und haut vom Akku her auch so weit hin. Finde das Armband. Hört man das? Ja. Ja, also der vibriert dann auch dreimal. Die Uhr finden, dann drücke ich hier drauf oder macht es nach dreimal automatisch wieder nicht mehr. Ist die Sache soweit ganz gut durch. Linke oder rechte Hand kann ich einstellen. Sollte wohl klar sein. 24 oder 12 Stunden im Style ist auch drinne. Ich kann natürlich auch das Ganze benutzen, um damit Fotos zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei Benutzung mit der App, dann geht der ganze Spaß so. Ich will jetzt ein Foto machen. Dann schüttle ich hier einmal ganz kurz. Und normalerweise sollte das genau jetzt auslösen. Dann gibt es direkt ein Foto. Zack. Und dann wird das Foto direkt so gespeichert. Also auch nicht weiter schlecht. Kann man das Ganze als Selfie-Stick benutzen, wenn man halt, wie gesagt, die Fotos selbst auslösen möchte. Halt, Werksreset wollte ich nicht. Ansonsten, wir gucken mal. Wir haben die aktuellste Version. Der gibt es nicht. Bei meinen kann ich meine Einstellungen einstellen. Das ist logisch. Körpergröße, Gewicht und so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze eigentlich schon durch. Synchronisieren tut sie sich automatisch. Sie läuft oben in der Statusleiste. Ich habe sie einfach aus den Benachrichtigungen entfernt. Läuft aber immer automatisch im Hintergrund. Und jedes Mal, wenn du draufdrückst, seid ihr automatisch mit in der App drinnen. Was cool ist, wir können darüber über die Funktion noch zusätzlich jetzt das Wandern, Rennen oder Laufen aktivieren. Hier steht es. GPS vom Telefon hat drei Balken. Also gut. Und das Ganze wird hinterher dann in einer Google Maps Karte angezeigt. Das soll es dazu eigentlich erst mal gewesen sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist ein cooler Ersatz, die AGB-Uhr. AGB wahrscheinlich. A-G-P. A-G-P. Genau, teck. So. Die ist wirklich ziemlich cool. Ist eine super schöne Uhr. Es gibt einige Ziffernblätter. Das war schon mal ganz wichtig. Das Ding ist daran, das habe ich ansonsten jetzt in letzter Zeit ganz selten gehabt, weil wie gesagt, die hier nur vier Stück drin hat. Und das war es dann an der Stelle auch schon. Und wie gesagt, zu dem Preis kann man soweit auch nichts sagen. 43 Euro für so eine schöne Smartwatch. Ideal, wie gesagt. Und ja, da bin ich an der Stelle erst mal raus. Derjenige, der sie hat, ist auf jeden Fall glücklich damit. Und ich bin es auch. Bis zum nächsten Video. Und auf Wiederschauen. Ich verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Haut rein. Bis dahin. Ciao.